So wird die Zukunft aussehen. Es werde Licht. Wir haben genug Platz für alle. Das ist nicht nur ein Ort, an dem die Leute rein und raus gehen. Mit WeWork wollen wir versuchen, das Bewusstsein der Welt zu schärfen. WeWork ist nicht nur eine Firma. Es ist eine Bewegung. Wir haben einen Traum. Adam wird ihn ergründen. Es ist magisch und du bist magisch. Ich sag WeWork, ihr sagt WeWork. Alles, was du hast, bin ich. Du bist aber nicht Gott, das weißt du. Du musst zugeben, ich sehe ihm schon etwas ähnlich. Aber wir sind 45. Du bist aber nicht. Du bist mein Rabbi. Untertitelung des ZDF für funk, 2017